Musik 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 Jetzt seid ihr auch super Du brauchst noch nicht schlafen Schlafen Musik Es muss ein Gefühl sein und nicht eine Sache, die man nicht tue. Ja, 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 das ist ein bisschen so langgekommen. Wir machen, wir geben uns so viel Mühe, dass sie am Ende, dass sie einfach da stehen und am Ende sagen so, okay, wir sind gerade gefickt, man. Das ist sie. Die Chemiebrillen und die Kapuzen auf von den Robo-Girlsachen, wenn dann so crazy Shit, also Ninja Shit ist das halt. Die Chemiebrillen und die Chemiebrillen und die Chemiebrillen und die Chemiebrillen und die Menschen von Gehrtürgen in Mensch, auch mit einem Essen oder den Gehördang, die Menschen von Gehrtürgen, die Menschen von Gehrtürgen, die Menschen von Gehrtürgen, die haben eine Brille, die wir auf der G segundo. Die Chemiebrillen und die Chemiebrille ist so weit, das jetzt ist alles zu leben. Geh dich, es ist eine Bewerbung von gott! Kein Problem, übrigens meistens, die ist es gut, aber das ist alles, was wir sagen. Es gibt Music, aber jetzt auch noch nicht, was wir alles. Wir sind die Kätheimbrille, wir sind alle in den Regenbrillen und die sind kein Regenbrillen. Mit Minimum wollen wir zwei Schläge machen. Hast du bei dem auf den Pitch geachtet, bei dem Tic-Tac hier? Hat keinen Pitch, wa? Perfekt. Pause, Tic-Tac. Ja, ist klar, Baby. Ich denke, wie schön, du bist der einzige Mensch, der mich noch so begrüßt, geiler Tim. Ey, herzlichen Glückwunsch, ne? Warum nicht jetzt? Und so weiter, ich verstehe, alles Gute, nur das Beste. Digga, ich schaff's leider nicht, so wie geht nachher. Ich bin auch jetzt, ich hab Masterabgabe heute und muss jetzt hier mal fertig machen. Aber ich wollte mich trotzdem gewöhnt haben, Digga. Aber der Rest, wenn wir noch bauen können, sollten wir vielleicht lieber bauen. Ich hab die ja für Notfälle gebohrt. Ziemlich korrekt, Digga, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Das sieht doch nicht aus wie ein Notfall. Ja, man muss einfach die Dinge in die Hand nehmen. Wir rauchen Joints, wir rauchen Joints, ja, wir rauchen diese fetten, pure Joints. Mein erstes Album kommt raus dieses Jahres, kommt dieses Jahr im April, seit 20.15. Das ist gut. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Wie geht's? Wie ist dein Leben? Ich bin ein bisschen busy. Du kannst alles auf Zeit machen. Was ist das? Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Wenn du siehst, dann hast du es an. Aber es ist eigentlich nicht mehr. Ja. Das ist ein Fulham Smog-Feeling. Ja klar. Wir machen so Party. Das ist gut. Das ist richtig. Ich bring mein Album raus. Die Master ist kurz vor der Abgabe. Das muss auch auf dem Schirm sein. Ich fiel grad weg an. Aber es muss funktionieren. Wir regeln es wohl. Bei mir sieht es manchmal so aus, als ob Licht an wäre im Raum. Dann kommt mir so, okay. Als ob jeder mich gucken würde, was ich mache. Jeder Move, Alter. Das muss nicht so sein. Das muss alles so auseinander. Die verstehen gar nichts. Wo ist der? Es muss halt die ganze Zeit hin und her gehen. Im richtigen Moment muss es mal kurz hell sein. Genau. Deswegen ist es eigentlich voll wichtig, dass man seinen eigenen Lichtmann hat. Oder zumindest sein eigenes Licht. So Preset Setup. Dass man weiß, okay. und dann hat man eine vernünftige Lichtshow. Ich würde euch dann die Mics einfach geben. Die laufen beide schon. Ich könnte theoretisch einfach so sagen, ohne dass man euch schon mal was rein sieht. Ich werde kurz mal rausgehen, die DJs Bescheid sagen. Man hört ja, wenn die Musik runtergeht. Und dann können wir eigentlich dann lesen. Okay, sind die Ordnung? Ja, man sind alle unten eigentlich. Nice, man. Ja, man. Hey, was geht's? Hey! Was geht's? Wie geht's? Wie geht's? Alles klar, Dicke. Alles klar. Bratello, Merta, Gang. Wie geht's, Dicke? Hey, fuck that. Hey, wer das nicht von euch weiß, mein Name ist Chet. Make some noise für den größten fucking Kippen in Berlin. Wohne endlich weit weg von dieser Gesellschaft. Nix ist mir unnötig, wenn du was ausmach. Gibt's kein, der hustet wie ich und mein Bruder. Ich glaub an die Zukunft, es gibt keinen Zufall. Alles sollte immer sein, wie es jetzt ist. Produktiv, immer beschäftigt. Kommst du noch klar an der Hektik? Bist du ready, wenn es echt wird? Immer ready, immer ready, immer ready, immer ready, immer ready, immer ready. La Maff, ja la Maff. Ja, ja. Wir haben alle Matellos. 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 Meine Matellos. Ja, ja. Meine Matellos. Ja, ja. Ich würde schon zu groß für eure Furchtlappe. Keiner kann mir meine Crew machen. Lass mal die Vergangenheit zumachen. Und dass was cool ist, wieder cool machen. Oh, ja. Ich hab mich groß auf zu spielen. Ich zeig die Games, die hört nicht aus zu spielen. Wir zeigen dir, wie weit ne Welt rauszuziehen. 2013, wir hören auf zu dealen. Oder jetzt, fangen wir erst richtig an. Jeder Fuckboy macht mehr auf Business mal. Mein Leben ein Join, ich hab's in der Hand. Loch erleichtert für immer, du hast dich noch dran. Auch einmal hat jeder das mitbekommen. Immer ready Deutschland, bitteschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gut.